Das Sportgeschäft Sportart in Altenmarkt Sauchensee veranstaltet heuer das erste Mal ein Skiturnrennen. Das Sportart Tournrace findet am 21. Januar 2017 statt. Start ist um 17 Uhr beim Hochbeifang in Altenmarkt. Natürlich gibt es auch zwei unterschiedliche Distanzen. Für die Hobby-Tournger gibt es eine Strecke mit 400 Höhenmeter und für ambitioniertere Tournger eine Strecke mit 850 Höhenmeter. Tagsüber gibt es auch ein Programm, die Bergrät am Altenmarkt veranstaltet einen kostenlosen Sicherheitstag. Dabei sind Lawinenkunde, LVS-Gerätsuche, Schneeprofil und Gehtechniken. Ein weiterer Höhepunkt ist die Ausstellung von den marktführenden Tournausrüstern mit den neuesten Produkten. Die kann man sogar vor Ort testen. Hol auch du dir deine Sportart Tournrace-Medaille. Euer Sportart Timp.